Musik Sag einmal, wer hat die Bahn verhegst? Heut'n Moin' in aller Heer geht's frühe. Sag einmal, wer hat die Bahn verhegst? Dabei will ich ja bloß zu dir. Die Züge, ja, die fahren alle kreuz und quer. Mal später oder überhaupt nie mehr. Ja, sag einmal, wer hat die Bahn verhegst? Mitsamt dem Schienenersatzverkehr. Den ganzen Tag hock ich jetzt schon im Zug, seit halb sechs in der Früh. Weil ich heut so furchtbar' Zeit lang hock, bin ich auf dem Weg zu dir. Doch das G'scheiteste war's. Wir lassen's einfach bleiben, weil bei der Bahn geht heut' gar nix mehr. Und alles, was wir zwei noch miteinander treiben, das ist ein Schienenersatzverkehr. Das ist ein Schienenersatzverkehr, das ist ein Schienenersatzverkehr. Das ist ein Schienenersatzverkehr, das ist ein Schienenersatzverkehrsatzverkehr. Sag mal, wer hat die Bahn verhäst, die Züge, die Weichen und die Gleis? Kein Zugfahrt läuft, mehr ganz relaxed, wegen irgend so einem Scheiß. Und die ging eh ring, Magdl, gleich bin ich bei dir, sag, was ist denn da drüber bloß so schwer? Doch der Lautsprecher meint heute, entfällt sogar der Schienenersatzverkehr. Der Schienenersatzverkehr, ja, der Schienenersatzverkehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020